In diesem Video möchte ich dir die wichtigsten Entwicklungen der Woche im Kryptobereich vorstellen. Wenn du nämlich langfristig erfolgreich mit Kryptowährung sein möchtest, dann solltest du immer wissen, was bei den Projekten so abgeht, welche Neuerscheinungen es so gibt und natürlich wo der Trend so hingeht, weshalb du regelmäßig diese Videos auch schauen solltest. Ich wünsche dir ganz ganz viel Erfolg mit diesen Informationen. 2022 könnte das beste und explosivste Jahr für Krypto sein. In meinem Wochenbericht stelle ich dir deshalb wöchentlich die lukrativsten Projektstarts vor. Zudem auch noch Low- und Microcare-Projekte, also richtige Altcoin-Perlen, die du nicht verpassen solltest. Ebenso Gaming- und NFT-Meterversen mit 100 Mal Potenzial und vieles mehr. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Das erste, das du jetzt schon die ganze Zeit sehen konntest, ist LuxRare. Und LuxRare ist ein NFT-Marktplatz, der diese Woche als Konkurrenz von OpenSea an den Start gegangen ist. Und es dir als Nutzer ermöglicht, NFTs mit Ethereum oder auch Wrapped Ethereum oder auch eine Mischung aus beiden zu kaufen und auch zu verkaufen. Der Marktplatz, der basiert auf dem neu eingeführten LuxToken, mit dem die Nutzer der Plattform belohnt werden. Wie du sehen kannst, ist der APA derzeit ziemlich hoch und liegt bei 908%. Von daher solltest du dir die Plattform und den Token mal anschauen. In der vergangenen Woche wurde außerdem eine Partnerschaft mit Polym angekündigt, um den ersten Automated Market Maker, also AMM, auf der Plattform Pegasus Dex zu starten. Syscoin kombiniert das Beste aus beiden Welten, also das Beste aus Bitcoin und Ethereum an einem Ort, wie es hier steht, und bietet dir ein Netzwerk, mit dem du die sichersten, zuverlässigsten und schnellsten Web3-Anwendungen erstellen kannst. Von daher ist Syscoin eventuell mal einen Blick wert. Die OlympusDAO, die habe ich bereits einmal in meinen Videos vorgestellt. Das ist eine dezentrale Finanzreserve, die sich eben im Besitz der Gemeinschaft befindet und über eine geschützte Schatzkammer verfügt. Diese Woche hat sie die Veröffentlichung von V2-Anleihen für ihre Depp angekündigt, die Funktionen wie Autostaking und flexibles Vesting beinhalten. Lass mich nun mal zu einer Blockchain kommen, die derzeit ziemlich angesagt ist, nämlich Phantom. Das ist eine Layer 1 Blockchain, die sich in dieser Woche, trotz der ganzen Volatilität im Markt, echt gut behauptet hat. Die Phantom Blockchain hat auch die ersten Zuwendungen des Jahres 2022 aus seinem Foundation Incentive Program bekannt gegeben, die an Jörn Finance und Hector Dao gehen. Binance hat auch zwei neue Angebote bestätigt, nämlich Immutable Eggs und Alchemy Pay. Und Immutable Eggs, das ist ja ein Token, den ich persönlich extrem feiere und auch selber besitze. Ich sehe große Zukunft darin und nun kannst du es auf Binance kaufen. Viel, viel Spaß damit. Ein weiteres Projekt, das du dir mal anschauen solltest, ist Moonriver. Das ist so die führende Parachain auf Kusama und wird sich mit Dot Finance zusammenschließen, wenn es endgültig auf Moonbeam migriert ist. Und Moonbeam ist auch ein Projekt, das du dir mal anschauen solltest. Also wirklich, ich könnte den ganzen Tag von Projekten schwärmen, die ziemlich cool sind und auch Zukunftspotenzial haben. Also Moonriver und Moonbeam auf jeden Fall mal anschauen. Apropos Moonbeam. Moonbeam ist jetzt nämlich live auf Polkadot und damit die erste voll funktionsfähige Parachain in diesem Netzwerk. Das nächste Projekt habe ich schon bereits vor Monaten im Detail vorgestellt. Mir Protocol ist eine Lea 1 Blockchain, die als das am drittschnellsten wachsende Krypto-Ökosystem für Entwickler im Jahr 2021 gelistet ist. Auch dieser Coin hat sich während der ganzen aktuellen Marktvolatilität richtig, richtig stark erwiesen und wie du sehen kannst, ordentlich performt. Die nächste Blockchain, die habe ich auch schon öfter vorgestellt und ist auch in letzter Zeit in aller Munde gewesen, nämlich Avalanche. Avalanche ist eine Plattform für Smart Contracts, die diese Woche angekündigt hat, dass der Avalanche Summit im März in Barcelona stattfinden wird. Und außerdem ist es auf Ramp gestartet. Ramp DeFi ist auch so ein absolut unterschätztes Projekt. Das ist ein dezentrales Protokoll, das die Akzeptanz von DeFi fördern soll, indem es nicht Ethereum-Nutzern ermöglicht, Token auf Ethereum-Plattformen zu staken. Gleichzeitig können aber Ethereum-Nutzer mit dem Ramp-Protokoll interagieren und ihre Rendite steigern. Das Projekt plant auch die Einführung von Ramp 2.0. Dabei handelt es sich um eine flexible Lösung, die es ermöglicht, Kryptowährung in die Wallet, das DeFi-Produkt oder die Depp der Nutzer einzubauen. Das Protokoll will in 2022 eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden Dollar erreichen. Ob es das letztendlich schafft, sei natürlich dahingestellt, aber das Projekt ist noch absolut unterbewertet und hat das Potenzial, auch diese 2 Milliarden zu erreichen. An der Stelle ist das natürlich keine Finanzberatung, bitte mache deine eigenen Recherchen, bevor du irgendwo hin investierst. Das hier fand ich auch ziemlich interessant, denn Genius Yield startet Genius X. Das ist ein auf Cardano fokussiertes, ich sage mal, Beschleunigungsprogramm, um DeFi-Innovation auf dem Netzwerk zu schaffen. Eine Sache, die mittlerweile ziemlich aus dem Boden geschossen kommt, sind NFT-Marktplätze. Von The Association Press startet einen NFT-Marktplatz auf Polygon, auf dem Sammler tokenisierte Fotos kaufen können. Und apropos Polygon, Polygons ZK-Skalierungstechnologie-Projekt Polygon Zero hat Plonky 2 angekündigt. Ein Proof-System für Zero-Knowledge-Kryptographie und Ethereum-Skalierung. Diese ZK-Scaling-Technologie solltest du in diesem Jahr nicht unterschätzen. Solche Projekte wie Immutable X oder eben Polygon oder auch ZK-Swap und so weiter, diese sind Projekte, die wirklich sehr gut in diesem Jahr performen könnten. Du solltest diesen Bereich also ernst nehmen und mal drüber schauen. Ich berichte wirklich oft davon, von daher wirst du noch sehr viele Videos im Detail dazu sehen. Ich hoffe jedenfalls, dass dir dieses Video gefallen hat und du mit den Informationen etwas anfangen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass mir doch einen Daumen nach oben, um mich etwas zu unterstützen und falls du noch kein Abonnement bist, dann hinterlass mir auch ein Abo, um keine weiteren Videos zu verpassen. Schau auf meiner Patreon-Seite vorbei für viele weitere Vorteile, die du in diesem Jahr nicht verpassen solltest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!